Ich erkläre den Unterschied zwischen, dem Zusammenhang zwischen der scheinbaren Helligkeit und der absoluten Helligkeit. Also ich habe hier eine Erde und dann habe ich hier auch ganz viele Sterne an. Hm, das ist nicht schön. Zurück. Also Sterne muss ich jetzt als Punkte malen. Stern, 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 Stern. So, gut. Und was? Es gibt große Sterne, kleine Sterne, gut. Und je weiter weg, desto dunkler. Und was ich mache, ich denke mir einen Kreis mit Radius 10 Paar Sekunden. Und ich schiebe jetzt in Gedanken oder in der Rechnung, ich schiebe alle Sterne auf diesen Kreis. Also auf diese Kugeloberfläche mit Radius 10 Paar Sekunden. Und dann ist es so, wenn alle den gleichen Abstand hätten, dann ist ja das, was heller ausschaut, auch wirklich heller. Das heißt, die absolute Helligkeit ist die Helligkeit, die ein Stern hätte, wenn er den Abstand von 10 Paar Sekunden hätte. Die scheinbare Helligkeit ist die, die er wirklich hat, wenn er den Abstand R hat. Also hier habe ich den Abstand R und hier habe ich den Abstand 10 Paar Sekunden. So, und jetzt brauchen wir eine Formel. Also ich habe ja M1 minus M2 gleich minus 2,5. 10er Logarithmus. E1 durch E2. So. Und E, das war Watt pro Quadratmeter. Und ich habe jetzt einen, diese Geschichte, ich habe hier so einen Stern und der Stern leuchtet mit irgendwie Watt. Ich sage mal ganz frech, 100 Watt. Also die haben 10 hoch 30 Watt. Aber jetzt tue ich mal so wie eine 100 Watt Glühbirne, dieser Stern. Und dann denke ich mir hier, das soll kein Kreis, sondern eine Kugel sein. Dann denke ich mir hier so einen Quadratmeter. Wie viel Watt kommt denn da an? Und dann mache ich eben diese 100 Watt. 100 Watt durch Kugeloberfläche ist 4 PR Quadrat. Okay. Das heißt, in dem einen Fall bei, ja jetzt mache ich es mal so ein bisschen so schon, ja. Also ich meine, ich vergleiche jetzt die scheinbare Helligkeit mit der absoluten Helligkeit. So, und dann habe ich jetzt hier die 100 Watt durch 4Pi R Quadrat. Und hier die 100 Watt durch 4Pi 10 paar Sekunden zum Quadrat. Also die, bei der scheinbaren Helligkeit würden sich 100 Watt, die ja 10 hoch irgendwas Watt sind, ja, auf eine Kugeloberfläche verteilen mit der Flächenformel 4Pi R Quadrat. R ist irgendwas, kenne ich nicht. Irgendwas. Bei der absoluten Helligkeit würden sich die 100 Watt verteilen auf die Kugeloberfläche mit dem Radius 10 paar Sekunden zum Quadrat. Wenn ich das habe, kann ich ein bisschen rechnen, weil das ist noch nicht schön. Also ich habe hier M minus Groß M ist Minus 2,5 10er Lok. Großes Ding. Das ist ein Doppelbruch. Kugelbruch. Ah, ich mache es langsam. 100 Watt durch 4Pi R Quadrat. Dividiert ist mit dem Kehrbruch multiplizieren. Mal 100 Watt. Und dann 4Pi 10 paar Sekunden Quadrat. Jetzt sieht man, warum ich so frech 100 Watt Glühbirne genommen habe für einen Riesenstern, weil es kürzt sich sowieso. Auch die 4Pi kürzen sich. Dann habe ich 10 paar Sekunden und das R Quadrat. So, M minus M ist Minus 2,5 10er Lok. So, 10 PC Quadrat durch R Quadrat. Eigentlich fertig, aber ich will es schöner machen. Und dazu mache ich noch zwei kleine Tricks. Ich baue, alles kann ich so machen. Ich mache das mit Grün. Ich schiebe das Quadrat raus. Ja, weil oben Quadrat, unten Quadrat ist alles Quadrat. Gut. Und dann kann ich, dann kann ich was machen beim Logarithmus, kann ich so einen Exponenten nach vorne schmeißen. Logarithmus-Gesetz. Ja, so. Genau. Dann habe ich also M minus M gleich Minus 2,5 mal 2 mal Logarithmus. Und dann sind die Quadrate weg. 10 PC durch R. Wunderbar. Gefällt mir aber immer noch nicht. Dieses R ist ja gesucht und ich bin zu v. Also, wenn das oben wäre, in der Formelsammlung ist es immer oben, oben wäre es schöner. Dazu nehme ich folgende Zusammenhang. Ich suche Minus 1 ist 1 durch X. Ich tausche 10 PC und R und bekomme einen Exponenten Minus 1, den ich nochmal nach vorne schmeiße. M minus M ist, also das ist Minus 5 mal 10er Log, R durch 10 PC. So, hier habe ich ein Minus 1. So, gut. Und dieses Minus 1 schmeiße ich raus, dann habe ich nicht Minus 5, sondern Plus 5. Und das ist dann auch schon die fertige Formel. M minus M gleich 5, 10er Log, R durch 10 PC. So, also wenn ein Stern zum Beispiel M gleich 3 hat und R gleich 5 PC, dann kann ich mit der Formel, also die 5 Paar Sekunden, die ich hier einsetzen und das M gleich 3 hier einsetzen und dann könnte ich die absolute Helligkeit berechnen. Oder andersherum, ich weiß aus irgendwelchen Gründen die absolute Helligkeit, dann könnte ich eben R den wirklichen Abstand ausrechnen. Schnell!